So, da sind wir wieder. Und ja. Das sind die Zombies. Wir? Der Zombie. Wir? Kein Zombie mehr. Okay, wo geht der hin? Mal gucken. Jesus, Glenn. Right then wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor truck up there. No way. We gotta go. Now. Listen, I was out here looking for gas. And then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got right. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't. And that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me. And I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right you can't. You guys are suicidal. Over a girl. I'm saving her. With or without you. Think about it. It was you. Fine. Let's go save Glenn's damsel in distress. Yeah okay. Toll. Dann retten wir sie mal. Haben wir sonst nichts zu tun. Wo kann ich jetzt fliegen? Ich will nicht fliegen. Hör auf. Geh weg. Nein. Nein. Das ist nicht nett. Ich will nicht mehr fliegen. Hör auf zu fliegen. Hör auf zu fliegen. Flugmodus aus. Brav. Das ist nicht ein Plan. Du wirst wissen wie hart es wird. Wie hart es wird, um zu fliegen. Die Brüder zu fliegen. Die Brüder zu fliegen. Die Brüder zu fliegen. Dann müssen wir alle von ihnen töten. Wieso? Die Brüder zu fliegen. Die Brüder zu fliegen. Die Brüder zu fliegen. Die Brüder zu fliegen. Das ist ziemlich viel zu sehen. Glenn. Ah, ich kann laufen. Ich verstehe. Es ist nicht so weit wie ich hatte, wenn es um die Brüder zu fliegen. ok dann nimm es was soll ich wofür kissen braust ist die kistenschlacht machen oder was ich verstehe muss ich sagen wird sie schönen dann sieht alles so etwas enthämmert wenn ich nur den im Leverstand ich weiß nicht, ob du einen Schrecklich haben dazu nicht abonnen habe ich damit nicht um die Werkstatt Ja, das habe ich ja auch irgendwie schon gedacht, dass es für den Kisten wahrscheinlich nicht geht. Nein, oh mein Gott, ich wollte es doch nicht machen. Hey, ich hasse es aus der Sequenz, ich habe es nicht. Okay, gehen wir runter. Ah, so ist es schön. Scheiße, die Doofen. Okay. Hä? Ach, neuerdings macht das Kisten dieses Geräusch weg und nicht die Pistole. Äh, was? Okay, warte, vielleicht geht das sogar, weil der Schall kommt ja vorne raus, so wie bei der Schallimpfersveränder. Push. Open Door. Ich mache auch Push. Ah, verstehe. Was hast du mit der Gewisswahl wohl nix an, mache ich mal die Tür auf. Ah. Was auch immer das ist. Ah, jetzt habe ich was Interessantes gefunden. Okay. Okay. Yo. Das ist awesome. Okay. was zu mehr mache ich jetzt? ich werde jetzt nicht wieder hinlaufen, warte, vielleicht kann ich irgendwie ihn da umbringen dann muss ich erstmal so machen ok und jetzt? ok die Dinger sind wirklich dämlich ja, im Film riechen zu ein, das scheint im Spiel wahrscheinlich zu sein ah, ich werde jetzt wach, hallo dann rede mit Glenn ja, was machen wir jetzt? ja toll also das heißt, ich muss erstmal den irgendwie töten nur wie zum Geier ähm per se hier bringt es nichts dann gehe ich mal wieder hier hin das war das Risiko, muss ich mal eingehen, fuck you okay, was ist das jetzt? oh wow ja, heu noch lauter, heu noch lauter, heu noch lauter wird es ja dich wenigstens angreifen, ey und ich wollte das wirklich ernst, auch wenn es vielleicht schon gehört hat das ist jetzt wirklich, wenn sie laut heu dann beziehungsweise, naja das ist genau wie ich dachte ok, was machen wir denn jetzt da dann so vielleicht dann so vielleicht dann kann ich ihn jetzt in Ruhe abstechen, richtig? na, komm ok 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 naja, scheiße bist du blöd, Junge bitte erzähl mir nicht, dass ich dich so laden kann meine fristeste spiel schon wieder so richtig, ah, nervig so viele dämliche dinge, naja naja na gut ich hab das 3 mal wirklich nicht gepreit, nein ja, okay ja, okay dann mach mal so, muss ich ein bisschen schneller machen weg juhu hallo Glenn und und ah ah Thomas Stopper alles klar ja, mal mit Leute so nett stirb steck mich da erstmal ah, der war, der ist tief der ist tief der ist tief hehehe ja man, rake up so Hallo Axt Alles klar, Spockblocker Jetzt muss ich wieder laufen Wie darf ich alles machen, Mann? Wie wiegt denn er es? Hallöle So, und das Helles in dir aber auch nicht Ja, schmach doch Ah, jetzt auch Geht doch Oh yeah Ich wette, das bringt noch 10, nichts aber egal Es wird alles egal, äh, ja Hello in there We're here to help Please just go away Let's go, guys In a minute If you open up We can take you somewhere safer We've got a group in town No, no, no She's in trouble No, no Miss, we're coming in Also Bitch Stop, just stop I'm coming out Was hat die für Probleme? Hey, scheiße I don't want that Guys, she's been bitten What? I told you I told you I said go away I'm bitten But you would just leave Let's calm down You could be fine I won't be fine My boyfriend was bitten You get sick and you die And you come back And you kill anything you can find You have a boyfriend? I don't want that It's not Christian Please Just leave me, please go Wie geil You have a boyfriend? Okay We'll leave Was will Ja, ich war ganz ehrlich Wer klickt schon die andere Antwort Whatever time you have left You have a gun So Can I Borrow it? What do you mean Borrow? Give it to me I can just You know End this And then And then there's no problem Whoa, whoa, whoa Please I don't want to be one of them They're 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 Satanic Give it to her What? You can't be serious Do it No I'm going to be serious I'm going to be serious Okay, fine I can see what hell is like and it's coming back as one of those things Now I'm going to be really excited Why not just the pain? Why not just the pain? Why not just the pain? You need to go Okay You should Yeah Why not just the pain? You're a good man Yeah 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 Einfach das anklicken Was am besten klingt Ich habe eine Ich habe die richtige Entscheidung getroffen Ich weiß Ich bin toll Na gut Was haben wir denn jetzt hier? Das haben wir noch nicht Okay Wir fahren weiter Loading Ah Sieh das Wir sind zu Hause gekommen In der nächsten Folge Bis dann Leute